Am gestrigen Abend befand sich ein Reisebus mit Fußballfans von Borussia Mönchengladbach auf dem Heimweg vom Spiel in Nürnberg. Auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Köln wurde dieser Bus dann von mehreren Pkw und kleinen Bussen genötigt. Das heißt, er musste teilweise auf den Seitenstreifen ausweichen. Der Busfahrer hat dann auf der Tango- und Rastanlage Siegburg-Ost angehalten. Ebenso hielten die Fahrzeuge an, die ihn zuvor auf der A3 genötigt hatten. Aus dem Fahrzeug stiegen dann offensichtlich Hooligans aus dem FC-Umfeld aus und griffen den Reisebus dann an. Der Busfahrer hat dann die Flucht angetreten, ist dann im Bereich Köln von der Polizei angetroffen worden. Und im Zuge der Verhandlungsmaßnahmen wurde des Weiteren ein Kleinbus mit Anhängern des 1. FC Köln angetroffen, die offensichtlich vorher an dem Angriff auf der Tango- und Rastanlage Siegburg beteiligt waren. Wir haben eine Ermittlungsgruppe eingesetzt und versuchen jetzt natürlich erstmal die Tatverdächtigen zu ermitteln, denn es waren definitiv mehrere Fahrzeuge an den Nötigungshandlungen bzw. an dem Angriff selber auf der Tango- und Rastanlage beteiligt. Das wird zunächst erstmal Gegenstand der Ermittlungen sein. Und wir ermitteln natürlich wegen diversester Verkehrsstraftaten wie Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung im Straßenverkehr, Sachbeschädigung, Bedrohung etc.